und wie man so einen youtube oder instagram counter selber machen kann für 0 euro das jetzt also ansteigen los geht es was das geil an diesem projekt ist das geil an diesem projekt ist ihr könnt das sogar fast kostenlos machen was fast ich habe dafür gar nichts ausgeben weil ich alles schon hatte und ihr könnt das auch so nachmachen oder halt in abgewandelter form aber legen wir einfach mal los was er braucht ich habe jetzt gesagt ihr könnt immer variieren beim ganzen fangen wir mal mit der hardware an ich habe mir jetzt aus dem 3d drucker habe ich mir jetzt den youtube button ausgedruckt sieht so aus ganz schnell los den mache ich jetzt gleich in der weiß so und dann habe ich mir noch hände ausgedruckt ganz kleine feine niedliche hände die sollen das ganze ja letztendlich festhalten das werde ich wahrscheinlich mit silikon oder heißkleber festklimmen das weiß ich jetzt noch nicht ist der vorteil an so einem video ihr wisst ja schon wie es aussieht im endeffekt ich noch nicht das ganze aussehen total schnicki aber richtig geil kommen wir zur technik ihr braucht ungefähr 0 programmierkenntnisse das einzige was ihr braucht ist ein altes handy oder ein altes tablet ich habe in diesem fall zwei alte tablets weil ich ja zwei kanäle habe geht aber auch mit dem handy ganz normal einmal habe ich hier ein nexus 7 von 2012 das funktioniert reagiert so schnell dass man aber es reicht halt eben um die api nicht die api abzufragen sondern halt eben den den abo counter stand und dann habe ich noch von meiner drohne die ich ja nicht mehr habe habe ich noch das nexus 10 hat aber auch eine macke das problem bei dem tablet ist wenn der akku nicht ganz voll ist dann stürzt es immer habe ich zweimal eingeschickt zweimal kam zurück ist alles super voll super voll super also ihr könnt also alte handys und alte tablets nehmen hat meistens jeder immer noch irgendwo rumfliegen ich habe sogar noch ein nexus 5 habe ich auch noch rumfliegen das könnte ich noch von instagram counter machen gibt es nämlich auch eine app für das ganze design nehme ich jetzt einfach oldschool palettenholz das hat mich auch so gar nichts gekostet hatte ich aber noch und daraus schneiden uns das ganze jetzt einfach mal raus so auch wenn ich das vorhin angezeichnet habe habe ich das ganz grob ausgesägt weil ich will dass das ja nicht ganz perfekt aussieht deswegen auch hier so leichte überstände deswegen auch so Pi mal Daumen dann soll nämlich jetzt hier der playbutton soll da hin das tablet soll hier hin ungefähr und das große soll hier unten hin und das drehe ich jetzt einmal um und dann werde ich das ganze mit dem undercover jig verschrauben und Und wer Undercover-Jig immer noch nicht kennt, zumindest die, die neu auf dem Kanal sind, in der Videobeschreibung verlinke ich. Sehr geiles Zeug, kann man immer wieder gebrauchen. So, zusammenschrauben. Der ein oder andere wird sich mit Sicherheit schon gefragt haben, warum mache ich denn jetzt diese unmöglich aufwendige Methode mit diesem Undercover-Jig? Ganz einfach, weil ich da nicht hinter noch ein Brett haben will. Das heißt, die einfache Methode wäre ja gewesen, ich nehme mir so ein dünnes Brett, keine Ahnung, wie ein Siebdruck oder sonst was, knall das noch dann runter und nagele das dann drauf oder klebe oder Leim oder was auch immer. Will ich aber nicht, weil ich ja noch diese Ausschnitte machen muss für die Monitore. Und wenn ich jetzt da noch eine Platte hinter habe, dann sieht man das ja, weil man sieht, dass es nicht nur ein Brett ist, sondern zwei Bretter ist. Das sieht ja vom Ausschnitt her doof aus. Deswegen diese etwas aufwendigere Methode, da so zusammenschrauben und ich will ja diese Original-Patina-Look, will ich auch erhalten. Deswegen mache ich das halt eben so und nicht noch mit einer Platte drunter, weil das sonst einfach zu dick wird. Da kommen hinterher noch die Verstärkung und noch Leisten drauf, weil man das Ding ja beiderseits verwenden kann. Das heißt, einerseits kann man es an die Wand hängen, andererseits will ich hier noch zwei Stützen machen, damit man es auch so praktisch auf dem Schreibtisch oder ever hinstellen kann. So ist es aber einfacher. Das heißt, ich habe halt noch eine Schicht und nicht zwei Schichten und jetzt sehe ich die Aussparung aus für die Bildschirme. Ja, so hätten wir den Grundrahmen schon mal fertig. Das sieht dann von hinten so aus und von vorne abgerundet so aus. Da kommen dann die Tablets hinterher und jetzt muss ich eben noch Leisten sägen. Und dann können wir das Ganze, weil das jetzt natürlich auch super instabil ist, außerdem ist mir hier auch sofort sogar was gerissen noch. Gerade beim Fräsen ist nicht so schlimm, weil ich jetzt von hinten muss ich mir praktisch jetzt so ein Leistenkonstrukt machen, wo ich die Tablets reinschieben kann. Muss ich aber auch noch laden können gleichzeitig. Deswegen sähe ich jetzt erst eben die Leisten und dann geht es gleich weiter. Ich habe jetzt eine Leiste so als T-Leiste gemacht. Das soll ja auch Verstärkungsleiste sein. Die kommt jetzt hier zwischen die Tablets und hier hin. Eine soll hier hinter, einmal als durchgehende Leiste, da muss ich noch ein Loch bohren für Ströbe. Eine soll dann hier oben hin, die muss ich gleich auch noch ausfräsen. Und eine soll auch hier unten hin, die muss ich auch noch ausfräsen. Ja, so sieht das gute Stück dann aus, wenn es an der Wand hängt. Ich habe da mehrere Halterungsversionen gemacht. Das heißt, einmal kann ich es an die Wand hängen. Und ich kann es auch als Ständermodell machen. Ich bohre es mal eben zusammen. Dann seht ihr das auch. Und zwar ganz banal, habe ich da einfach ein Loch reingebohrt. Und stecke da jetzt einfach mit einer Hutmutter ein Stück Gewindestange durch. Das geht auf der anderen Seite nicht, weil das Tablet im Weg ist. Deswegen muss ich mir, oder nicht muss ich, sondern habe ich mir so eine Halterung gebaut. Die wird auch hier durchgesteckt. Die hat dann zusätzlich nochmal die Funktion, dass das Tablet nicht rausfallen kann. Praktisch wie so ein Abschlussblock. Und dann drehe ich von vorne einfach die Hutmutter drauf. Und dann zeige ich euch das Ganze jetzt mal im Detail. Fangen wir mal vorne an. Da sieht man jetzt das untere, das große Tablet mit den durchgesteckten Schrauben, mit den Hutmuttern. Da ist immer noch der Riss drin, aber wir haben noch ein bisschen Leim reingemacht. Das heißt, es hält auf jeden Fall. Das Ganze habe ich ja geflammt, wie ihr gesehen habt. Und dann einfach mit Bioleinöl behandelt. Mehr habe ich damit gar nicht gemacht. Da seht ihr den Ausschnitt vom zweiten Tablet. Sagt schön auch mit diesen ganzen Kanten. Das macht das Ganze so ein bisschen rustikal. Und dann jetzt hier der YouTube-Button. Mit den beiden Händen. Den habe ich einerseits von hinten mit Heißkleber festgemacht. Kann man das vielleicht so sehen, ja. Sieht noch nicht ganz schick aus. Ist noch ein bisschen verbesserungswürdig. Ist einfach nur da, dass der Button nicht halt durch die Hände durchrutscht. Und die Hände habe ich von hinten einfach verschraubt. Durch das Holz durch. Denn es ist ja komplett vom Druck her komplett hart Plastik geworden. Und von hinten habe ich jetzt halt eben, erst wollte ich nur eine mittige Halterung machen. Das ist aber irgendwie nicht so ganz geglückt. Weil die Gewichtsverteilung, naja, naja, ignorieren. Und deswegen habe ich dann zwei Halterungen gemacht. Das sind so ganz normale Bilderrahmen. Halter, würde ich jetzt einfach mal sagen. Die habe ich da drauf geschraubt. Dann mit einem 10er Loch reingebohrt. Damit ich das Ganze aufhängen kann. Und von hinten, ich würde mal sagen, mein fast mal ein wildes Konstrukt an Leisten. Aber es macht ja genau das, was es soll. Das hält die Tablets da, wo sie sein sollen. Oder auch nicht rausfallen können. Das, wie gesagt, ist eh jetzt gesichert durch diesen Block hier. Das klemmt ein bisschen fester. Das habe ich ein bisschen anders gesägt, damit es halt ein bisschen, bisschen auf Spannung steht. Und dann seht ihr hier auch die kleinen Löcher, die ich auch mit der Kreissäge gemacht habe. Das heißt, man hätte auch zwei Klötzchen nehmen können. Dass ich einfach noch hier durch das Stromkabel stecken kann. Einmal hier oben, einmal hier unten. Damit ich das Ganze stromversorgungstechnisch noch anbringen kann. Ja, wie ihr seht, kein großes Hexenwerk. Ist wirklich in jeder erdenklichen Art und Weise nachzubauen. Ihr könnt es ja mal als grobe Vorlage nehmen. Ihr könnt es aus Palettenholz machen. Ihr könnt es aus einer kompletten Holzplatte machen. Ihr könnt es mit jedem x-beliebigen Tablett, Android, iOS, keine Ahnung, irgendein altes Handy, was ihr habt. Also kein Nokia 3210, aber alles, was so Touchscreen-smartphone-mäßig ist, könnt ihr jedes alte Ding nehmen. Und ich habe jetzt in meinem Fall halt eben meine beiden YouTube-Kanäle genommen. Ihr könnt aber auch Instagram machen. Das geht auch. Da gibt es auch keine App für, sondern gibt es halt eine Webseite für. Findet ihr alles in der Videobeschreibung. Und dann könnt ihr das nochmal nachbauen. Finde ich ganz cool, ganz geil. Vor allem, weil man es A so hinstellen kann, B, weil man es an die Wand hängen kann. Ja, ganz nettes Gimmick. Und man muss halt eben nicht mehr auf seinen Seiten nachgucken, sondern kann das Ganze einfach so laufen lassen. Wenn die Stromversorgung dran ist, kann man die Tablets auch länger anlassen. Also die Bildschirme. Verbraucher ist, fällt unter ferner Liefen das Ganze. Geht ja ganz normal mit einem ganz normalen Ladegerät. Ist ja albern. Und die entsprechenden Apps, die ihr dafür braucht, die auch wirklich null Programmierkenntnisse brauchen. Also sprich, dass das Display underhebt, dass das Display immer gedreht bleibt. Und dass das beim Autostart auch automatisch startet. Das ist in der Videobeschreibung. In diesem Sinne bin ich da jetzt mit durch. Werdet ihr wahrscheinlich jetzt häufiger sehen in einem meiner Videos auf meinen beiden Kanälen. Werde ich es immer mal wieder hinstellen. Wenn ihr Fragen habt, immer her damit. Wie gesagt, der Rest steht in der Videobeschreibung. Und ihr kennt das. Wir sehen uns im nächsten Video. Mit irgendeinem wilden Bastelei. Sehen wir uns dann schon wieder. Und tschüss, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.